Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um das IP-Datenprotokoll. Das heißt, wie sieht so ein Paket tatsächlich aus? Wir sprechen ja immer von Paketen und ja, was passiert jetzt hier überhaupt die ganze Zeit? Also was ist da alles drin? So, wir haben hier immer, jede Zeile bedeutet für uns 32 Bit und ich möchte euch ganz kurz einfach nur erklären, wie sieht so ein Paket tatsächlich aus? Also was steht am Anfang von so einer IP-Dateneinheit vor den ganzen Daten? Also hier unten drunter kommen dann noch haufenweise Daten. Da schreibe ich einfach mal Daten rein. Und ja, warum brauchen wir diesen Header bzw. was steht da alles drin? Nur damit wir in Zukunft wissen, was wir alles zur Verfügung haben, was sich vielleicht ändert, wo sich was ändern kann und so weiter und so fort. Okay, zunächst einmal, wir haben hier oben als Version am Anfang. Ganz am Anfang steht die Version. Die ist 4 Bit breit, das heißt echt nicht viel. Und ja, momentan Version entweder 4 oder 6. Naja, also Version 4 bedeutet, ihr benutzt IPv4, wobei dieser Header hier auch tatsächlich nur für IPv4 gedacht ist. Aber die Version steht auch bei IPv6 vorne dran, damit die Dinger eben schön kompatibel miteinander sind. Das heißt, hier dran entscheidet sich dann, ob ihr danach weiter nach IPv4-Daten sucht oder ob ihr danach schon nach IPv6-Daten suchen müsst. Das heißt, das ist extrem wichtig. Okay, danach kommt nochmal 4 Bit, sogenanntes IHL. Für was steht IHL? IHL heißt IP-Header-Length. Warum muss ich jetzt hier angeben, wie lange oder wie groß mein Header insgesamt ist? Ich habe ja hier genau 6x32 Bit angegeben. Das heißt, ich habe doch eigentlich eine feste Länge. Warum muss ich das jetzt also angeben? Wir werden sehen, dass wir am Ende noch einige Optionen haben, die man nur optional, deswegen Option, benutzen muss. Und je nachdem, ob ich diese Optionen benutzen möchte oder ob ich sie nicht benutzen möchte, fangen natürlich meine Nutzdaten vielleicht schon hier an oder auch erst da unten, wo wir sie gerade hatten. Das heißt, ich muss natürlich angeben, wie viel Nutzdaten oder wann fangen meine Nutzdaten an. Sprich, wie lange ist mein Header? Ist er jetzt tatsächlich 6x32 Bit oder ist er 5x32 Bit oder wie groß ist er denn? Und deswegen die Länge. Jetzt, warum habe ich hier nur 4 Bit? 4 Bit reichen mir ja nicht aus, um die ganze Länge darzustellen. Nein, aber diese 4 Bit geben mir an, wie viel mal 32 Bit ich in meinem Header-Anlänge habe. Das heißt, wenn hier drin 4 steht, dann ist mein Header gerade mal 4x32 Bit lang. Deswegen habe ich das auch so unterteilt in 32 Bit Blöcke. Jede von diesen Zeilen ist ein 32 Bit Block. Wenn hier drin 4 steht, dann ist mein Header gerade mal 4x32 Bit Blöcke lang. Wenn da 5 steht, ist mein Header 5x32 Bit Blöcke lang. Und wenn da 6 steht, ist er 6x32 Bit Blöcke lang. Das heißt, ich muss immer genau auf 32 Bit auffüllen. Also ich kann nicht einfach sagen, und mittendrin hier im letzten ist jetzt Schluss. Und dann fangen wir mit den Daten. Und das geht nicht, sondern ich muss immer auf 32 Bit auffüllen. Okay, so das nächste kürzt sich ab mit dem wunderschönen TOS. TOS steht für Type of Service. Das Feld hat sich mittlerweile ein bisschen gewandelt. Früher wurde es irgendwie dafür eingesetzt, ob wir jetzt ein großes Delay haben, also eine große Verzögerung oder nicht. Heutzutage kann man damit aber Priorisierungen machen. Wir haben insgesamt übrigens 8 Bit hier drin. Wir können priorisieren. Das ist vor allem in Datenzentren wichtig, ob das Paket jetzt zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, dass es schnell ankommt oder ob es eben nicht so wichtig ist. Warum ich übrigens hier immer diese zwei Striche mache, das bedeutet einfach, danach kommt ein neuer Abschnitt sozusagen. Okay, das heißt, damit kann ich irgendwie hinbekommen, ob ich jetzt ein extrem wichtiges Paket habe und es muss schnell ausgeliefert werden oder ob ich ein nicht so wichtiges Paket habe, was ich auch eventuell mal droppen kann, sprich einfach unter den Tischkern. Und ich brauche es gerade aktuell einfach nicht, sowas in die Richtung zum Beispiel. Kann vorkommen, macht auch in einigen Szenarien Sinn, wie wir auch sehen werden. Okay, jetzt kommt als nächstes das TL-Paket und das sind tatsächlich die restlichen 16 Bit. Hier passen 16 Bit rein, das heißt, hier 4, hier 4, hier 8 und dann bleiben hier 16 übrig. Ich schreibe das tatsächlich mal aus, weil ich hier so viel Platz noch habe. Total Length heißt das ganze Ding oder komplette Länge, wenn ihr es auf Deutsch haben wollt, hört sich nur ein bisschen bescheuert an, deswegen mache ich es normalerweise nicht. Es gibt uns die komplette Größe unseres Pakets an, also nicht nur die vom Kopf, sondern auch die von unseren Daten an. Also insgesamt alles und zwar in Byte, nicht in 32 Bit Blöcken, sondern in Byte. Genau, wenn wir hier aber nur 16 Bit zum Darstellen haben, dann können wir 2 hoch 16, ist das Maximale, was wir mit 16 Bit, oder 2 hoch 16 minus 1 ist das Maximale, was wir darstellen können. Und somit bleiben für uns 65.535 Byte übrig, weil das Ding gibt es ja in Byte an, wie gesagt. Das heißt, wir haben eine maximale Größe von dem kompletten Paket inklusive Daten von ungefähr 64 oder ziemlich genau 64 Kilo Byte. Mehr geht nicht rein, weil wir hier oben in der Länge nicht mehr angeben können. Also länger kann mein Paket einfach nicht sein. Davon haben wir hier oben zwischen 5 und 6 Blöcke. Das heißt, wir haben hier oben 5 bis 6 mal 4 Byte. Also 32 Bit sind ja offensichtlich 4 Byte. Also allein im Kopf haben wir so viel. Das bedeutet, wir haben hier oben 4 Byte pro Zeile und 5 bis 6 mal das Ganze. Das heißt, im Worst Case sozusagen, wenn wir hier Optionen verwenden, haben wir, naja, immer noch nicht wirklich viel. Wir haben gerade mal 24 Byte, wenn ich mich gerade nicht im Kopf errechnet habe. Aber, ja, geht in Ordnung. So, das heißt, die Daten sind schon noch der überwiegende Teil, nicht der Kopf. Also keine Sorge, ihr müsst da nicht irgendwie harte Einbußen machen. Okay, die nächsten 16 Bit in unserem Protokoll hier oben. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen eher unspannend, aber ich brauche das tatsächlich später zu ein paar Sachen zu erklären. Das Ding ist auch wieder 16 Bit lang, deswegen schreibe ich es auch wieder aus, weil es zu groß ist. Nennt sich Identifikation oder Identification. Wenn ich es auf Englisch geschrieben habe, soll ich es auch Englisch aussprechen. Das Ding brauchen wir, weil wir manchmal unsere Pakete aufteilen müssen. Das heißt, wir kriegen von oben, also von der Schicht 4, Daten, die aber zu groß sind für unser IPv4. Das heißt, wir kriegen zum Beispiel 200 Kilo Byte in einem Paket drin und dann müssen wir das ganze Ding aufteilen. So, und was man jetzt macht ist, man sagt, hey, ich packe einfach überall eine Identifikationsnummer hin. Das heißt, ich habe Identifikation 0, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch die Quelladresse, die kommt später noch, keine Sorge. Und dadurch kann ich mein Paket später wieder so zusammensetzen und an Schicht 4 zurückreichen. Das alles quasi passt. Im Prinzip sehr ähnlich wie eine Sequenznummer. Allerdings bezieht es sich wirklich nur auf diese aufgeteilten Fragmente. So, und genau das nächste Feld bezieht sich da auch nochmal drauf. Ne, das übernächste Feld, verdammt. Doch, das nächste Feld auch. Das nächste Feld sind die Flags. Die Flags geben mir an, ob dieses Fragment jetzt, oder ob das jetzt fragmentiert wurde. Das heißt, aufgeteilt wurde, so wie ich es gerade erklärt habe, oder eben nicht. Das Ding hat gerade mal 3 Bit. Und wir schauen uns das einfach mal genau an. Das sind 3 Bits. Das heißt, wir haben vorne ein Bit, dann noch ein Bit und dann noch ein Bit. Das heißt, ich schreibe hier einfach mal B1, B2 und B3 hin. Das soll jeweils für 1 Bit stehen. Also entweder 0 oder 1. Das erste Bit muss immer 0 sein. Warum auch immer, keine Ahnung. Das zweite Bit hier muss, oder gibt an, das ist ein sogenanntes Don't Fragment. Und das zeigt mir an, ob dieses Paket zerlegt werden darf in Fragmente oder nicht. Das heißt, manchmal möchte ich auch noch andere Fragmente fragmentieren. Das heißt, kleiner hauen. Und manchmal macht es auch zum Beispiel ein NAT oder ein VPN oder keine Ahnung. Irgendwer zerlegt mir meine IP Datenpakete in kleinere Fragmente und setzt sie dann später wieder zusammen. Und manchmal möchte ich das nicht. Das heißt, ich setze dieses Bit auf 1 und mein Paket darf nicht mehr zerlegt werden in mehrere Fragmente. Das zweite hier ist das sogenannte More Fragments Bit. Wenn ich hier eine 1 habe, dann bedeutet das, nach diesem Paket kommen noch mehr Pakete von IP und die gehören alle zu dem selben Fragment oder zu dem selben Paket dazu. Das heißt, ich weiß, dass danach noch was anderes kommt, was ich wieder zusammensetzen muss. Wenn da eine 0 steht, dann weiß ich, dass das das letzte Fragment ist oder das einzige, je nachdem. Und weiß, dass das auch wirklich danach fertig ist und gut ist. So, das heißt, es ist gerade mal 3 Bit lang, aber diese 3 Bit sind enorm wichtig, um diese Fragmentierung irgendwie hinzubekommen. Wir werden uns um diese Fragmentierung noch ein bisschen genauer kümmern, aber wie gesagt, dazu brauchen wir eben diesen Header. Und hier haben wir jetzt den Fragment Offset. Der ist dann offensichtlich 16 Bit minus 3. Das heißt, nee, halt, stopp. Ja, doch, 16 Bit minus 3. 16 Bit minus 3 sind offensichtlich dann 13 Bit, wo wir für den Fragment Offset hier haben. Der Fragment Offset, ja, der ist ein bisschen komisch, den brauchen wir auch nicht genau. Deswegen werde ich hier nicht so genau drauf eingehen. Der gibt mir sozusagen an, wie weit hängt mein zweites oder mein erstes Paket. Er hat immer hier eine 0 stehen. Das heißt, es ist das erste Paket. Und mein zweites Paket gibt mir an, wie viel später es denn jetzt nach diesem Paket ist. So ungefähr, es ist nicht ganz so einfach, aber es ist auch ganz komisch gemacht. Ich fand das auch irgendwie sehr, sehr unintuitiv. Deswegen merkt euch einfach, damit kann man ausrechnen, wie viel später mein Paket kommt. So, jetzt haben wir hier im nächsten Teil TTL. Ich muss es leider abkürzen. Das Ding heißt Time to Live. Ist aber ein bisschen irreführend, weil es wieder mal missbraucht wurde. Ursprünglich, wie gesagt, war es tatsächlich die Time to Live. Heutzutage bezieht sich das eigentlich eher auf die Hops. Aber was bedeutet Time to Live? Time to Live, Lebenszeit. Das heißt, wie lange dieses Paket überleben darf, bevor wir es verwerfen müssen. Das heißt, wir geben zum Beispiel an, in, keine Ahnung, in einer Minute muss dieses Paket angekommen sein. Und wenn dieses Paket in einer Minute nicht da ist, dann nehmen wir einfach an, dass die Verbindung irgendwie tot ist. Oder dass wir in einem Zirkel drin sind. Ich male das mal ganz kurz auf. Wir haben hier zum Beispiel 1, 2 und 3 Leute und von außen kommt jetzt ein Paket rein und das soll eigentlich hier wieder raus. Aber irgendwie hat sich was komisch gemacht und sagt mir, von da nach da ist der kürzeste Weg zu diesem Ziel hier unten. Von da nach da ist der kürzeste Weg und von da ist aber der kürzeste Weg nach da. Und was dann passiert ist, das Paket geht hier lang. Also quasi unendlich mal im Kreis. Da hat sich dann offensichtlich was schief getan oder irgendeine Verbindung ist abgebrochen. Zum Beispiel, wenn hier der, wenn der Weg hier überlastet ist, aber irgendwie meine Information noch nicht ganz durchgekommen ist. Ähm, zu dem da. Dann, äh, ist da irgendwas schief gelaufen gerade und dann kann es mal passieren. Tatsächlich passiert das eigentlich sehr, sehr selten. Aber es kann, könnte vielleicht mal passieren, dass das eintritt und dann würde mein IP-Paket hier lang gehen, die ganze Zeit im Kreis. Das wäre eher uncool. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, wenn es halt nach, nach einer gewissen Time-to-Live nicht angekommen ist, dann verwerfen wir das Paket und, äh, da muss es halt irgendwann nochmal neu geschickt werden. IP ist ja immerhin unzuverlässig. Das heißt, es muss nicht dafür sorgen, dass die Pakete auch wirklich ankommen. Es tut sein Bestes, aber es muss nicht. Ähm, so. Heutzutage, wie gesagt, ist es keine Zeit in dem Sinne mehr, sondern, also früher wurde es tatsächlich in Sekunden gerechnet. Heutzutage, ähm, hat man hier aber einen sogenannten Hop-Count. Das heißt, wie oft darf ich mein Paket an den nächsten schicken. Das heißt, das wäre ein Hop von hier nach hier. Das ist ein Hop von da nach da. Und wieder nach oben ist ein Hop. Dahin ist ein Hop. Dahin ist ein Hop. Also, ein Hop ist einfach eine Strecke bis zum nächsten IPv4-Router sozusagen. Brücken zählen da nicht rein. Ähm, Schicht 1 zählt da nicht rein, sondern nur IPv4, also Schicht 3 auf Schicht 3 auf Schicht 3 auf Schicht 3. Ähm, und wenn ich hier eben meinen Hop-Count am Anfang angebe, dann wird er immer um 1 verringert jedes Mal. Und am Ende, wenn er halt bei 0 ist, dann verwerfe ich mein Paket. So funktioniert Time to Live. Äh, wunderbar. Wir sind schon bei 13 Minuten und ich habe noch nicht mal, glaube ich, die Hälfte von unserem Protokoll erklärt. Ja, ähm, macht nix. Ich hoffe, ihr habt trotzdem immer noch Muse, mir zuzuhören. Und wir machen einfach weiter. Wie gesagt, TTL, ähm, sind 8 Bit. Danach kommen nochmal 8 Bit. Und zwar im Protokoll. Warum brauche ich ein Protokoll, wenn ich hier tatsächlich, äh, eigentlich schon Version IPv4 angegeben habe? Protokoll bezieht sich nicht da drauf, sondern es bezieht sich auf das Protokoll, was oben drüber steht. Das bedeutet, hier gebe ich zum Beispiel an, ich möchte TCP haben oder ich möchte UDP haben. Ähm, TCP und UDP kennt ihr vielleicht. Wenn nicht, macht nichts. Wir werden uns noch sehr, sehr, sehr tief damit beschäftigen. Keine Sorge und ich hoffe, ihr hört mir auch da noch zu. Ähm, aber Protokoll, wie gesagt, bezieht sich nur da drauf und, äh, ja. Ist aber eigentlich eher veraltet. In IPv6 wurde es auch, äh, so halb ersetzt und sagt eigentlich was anderes aus. Ähm, werden wir uns dann aber auch noch mit beschäftigen mit IPv6, weil IPv6 heutzutage einfach, ja, sehr, sehr weit ist. Und fast schon überall zum Einsatz kommt, zumindest hier bei uns in Deutschland. Okay, danach haben wir eine Header-Checksum. Ich schreibe die mal wieder aus. HC wäre die Abkürzung oder einfach nur Checksumme. Ähm, die ist wieder mal volle 16-Bit breit. Das heißt, die beiden zusammen jeweils 8-Bit, insgesamt 16-Bit. Ähm, und das Ding hier hat auch 16-Bit. Und die Header-Checksumme ist sozusagen einfach auf meinem Header berechnet. Ähm, ja, über CRC zum Beispiel. Wie wir es von der Schicht Nummer 2 kennen. Also ich hatte euch ja CRC in einem Video gezeigt. Äh, der Unterschied ist jetzt hier, wir berechnen das ganze Ding nicht über die Daten. Nur über den Kopf. Ganz, ganz wichtiger Unterschied. Weil IP sagt, mir sind die Daten völlig egal. Wenn da irgendeine Störung kommt, habe ich nichts mit zu tun. Ich bin unzuverlässig. Aber, ähm, der Header, der soll bitte in Ordnung sein. Das ist alles. So, und jetzt kommen die drei schnelleren Felder hier. Ihr erinnert euch, wir müssen ja irgendwo auch noch Adressen angeben. Denn sonst weiß der Empfänger nicht, von wem es kommt. Und sonst wissen wir auch nicht, wo es überhaupt hin soll. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwo Adressen einpacken. Und das ist einmal hier die Quelladresse. Und hier unten einmal die Zieladresse. Also, zuerst Quelle, dann Ziel angeben. Ähm, und ja. Das ist tatsächlich auch in IPv4 dann natürlich. Also sowas wie 192, 168, 01 oder so. Und, ähm, die Zieladresse ist dann eben zum Beispiel die Adresse von YouTube oder Google. Hatte ich euch auch schon im Video gezeigt, wie man da draufkommt. Zu DNS, also Domain Name Systems, werden wir uns noch mehr befassen. Irgendwann später. Aber da steht einfach die Adresse quasi drin, wo es herkommt. Die muss natürlich auch irgendwie ersetzt werden. Denn mit 192, 168, 01 kann niemand mit euch kommunizieren. Warum nicht, werden wir uns auch noch damit beschäftigen. Ich habe noch so viele Themen, das ist ja unglaublich. Okay, äh, hier unten hatte ich euch schon gesagt, das Ding ist optional. Beziehungsweise, ich nenne es einfach mal Optionen. Ähm, und da kann man verschiedene coole Dinge anstellen. Das hat man sich so beim Design überlegt. Weil wir natürlich hier vielleicht mal später noch mehr machen wollen. Und, ähm, wie man gemerkt hat, hat sich auch hier oben schon einiges geändert. Zum Beispiel Time to Live oder, ähm, ja. Die ganzen Sachen haben sich eigentlich so ein bisschen gewandelt über die Zeit. Und man hat sich aber tatsächlich beim Design schon überlegt, okay, 32 Bit ballte ich mir über für coole Dinge, die ich irgendwann später noch machen möchte. Das heißt, ich habe hier tatsächlich Felder, die ich für mich legen kann. Natürlich muss der Rutscher dann auch irgendwas damit anfangen können. Das heißt, die Optionen müssen schon von jedem verstanden werden. Aber durch ein Update oder sowas kann man sowas relativ leicht machen. Und, ähm, die fünf wahrscheinlich nützlichsten, oder ich weiß nicht, ob genau nochmal einen anderen verwenden kann. Naja, auf jeden Fall fünf dieser Optionen, die ich benutzen kann, sind Strict Routing erstmal. Das ist relativ krass, weil man da angibt, welchen konkreten Pfad man im Internet durchlaufen möchte. Das heißt, ich gebe bei meinem Paket jetzt an, ich möchte zu meinem Router mit der und der IP-Adresse, ähm, dann dorthin und dorthin und dorthin. Das heißt, ich sage genau den Pfad an, wo ich durchlaufen möchte. Das ist ziemlich komisch. Ähm, aber ja, kann man machen. Dann, Free Routing ist eine Liste von Routern, die man auf jeden Fall besuchen muss. Also, wo mein Paket auf jeden Fall vorbei muss. Zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwie einen VPN oder sowas habe, könnte ich zum Beispiel Free Routing anlegen. Ähm, wäre nur ein Beispiel. Man macht es, soweit ich das weiß, ein bisschen anders. Aber, ja, wäre auch eine Möglichkeit. Okay, ähm, dann Record Route. Gut, ähm, das ist auch eine Option. Damit würde man die komplette Route aufzeichnen. Ähm, ist leider heutzutage eigentlich kaum mehr möglich, weil, ja, eine Route ist heutzutage nicht mehr wirklich von mir zu Router, zu dir oder zu deinem Router und dann zu dir. Sondern ich habe dann noch ein Nut dazwischen. Dann habe ich noch ein VPN dazwischen. Dann noch ein Proxy. Und dann noch, äh, irgendwelche anderen Dinge. Und dann noch irgendwelche Load Balancer beim Server oder so weiter. Ähm, und deswegen, ja, ist es eher nicht mehr so wirklich verwendet. Timestamp ist eine weitere Option, die wir benutzen können. Timestamp gibt mir einen Zeitstempel an. Da packe ich dann einfach quasi hin. Oh, das Paket wurde dann und dann losgeschickt. Und zum Beispiel dann und dann ist es angekommen. Kann der Empfänger dann für sich berechnen. Und das letzte ist Security. Das ist einfach eine Bezeichnung, wie geheim das Paket ist. Kann ich in meine Option reinschreiben. Ist natürlich die Frage, ob man sich dran hält. Und, ja. Gut, das war es von meiner Seite wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Merkt euch ein paar Dinge davon. Äh, ihr müsst euch nicht alles merken. Wir werden dann vielleicht auch immer wieder kurz drauf gehen. Aber merkt euch vielleicht, dass ein Paket, ups, fragmentiert werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass der Header, äh, die Checksumme nur über den Header berechnet wird. Und, ja. Vielleicht auch noch Time to Live. Weiß ich auch nicht genau, ob wir das noch später mal irgendwann brauchen. Genau. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.